Und halb neunzen zu den dieswöchigen VfB News, die wieder, ja, gut pickepacke voll sind, würde ich sagen. Wir sprechen wieder über so ein bisschen Allgemeines. Wir haben die MV, haben wir neue Infos dazu. Wir haben natürlich Transfer-Updates, da auch zum Thema Gonzales und logischerweise auch das Thema zu Silas, unserer Identität. Wir legen los mit so ein bisschen zwei Random-Dingern quasi am Anfang ran. Ja, wir können stolz sein. Wir haben einen U21-EM-Sieger bei uns im Kader, Matteo Klimovic. Der Vertikalpass schreibt hier auch passenderweise in 18 Monaten von der 5. Liga in die 1. Liga zum Nationalspieler, zum Europameister. Stark. Kam uns 100% unterschreiben und auch ganz lustig, habe hier quasi diese VfB-Reminder und so weiter, so Throwback-Kanäle quasi auf Twitter am Start. Am 10. Juni, also gestern, vor drei Jahren wurde verkündigt, dass, ja, mit Kork und so weiter vorzeitig verlängert wird um ein Jahr. Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Ja, Vor-Saison wurde auf Platz 7 abgeschlossen. Knapp vier Monate später war er dann nach sieben Spieltagen auf Platz 18 und wurde entlassen. Und seitdem ist auch extrem viel passiert. Wie gesagt, Stand der News. Ihr habt wie immer alle Quellen unten in der Videobeschreibung. Auch tatsächlich, glaube ich, mittlerweile mit einer Lücke quasi, dass ihr seht, in welche Blogs eingeteilt habt. Auch chronologisch wie immer. Genau. Und, ja, Stand der Dinge ist jetzt halt heute hier der Freitag, der 11.6. Sagen wir mal so 13.30 oder sowas. So grob ist mein Stand der Dinge. Falls noch irgendwelche News heute reinkommen, wir gehen ins Transfer-Update. Danach gehen wir zur, ja, Geschichte um Silas. Topazur beim VfB. Bei Müller liegt es an einer Million Euro, schreibt die, schreibt die Bild. Ähm, ja. Also da ist noch ein bisschen Hin- und Her-Verhandlungen. Ähm, aber keine Ahnung. Es zieht sich, das Einzige, was mir da ein bisschen Sorge macht, ist wirklich, es zieht sich wirklich schon sehr, sehr lange. Es zieht sich wirklich schon sehr, sehr lange dieses Thema Müller irgendwie. Man dachte ja eigentlich, dass das Ding genau zum gleichen Datum gefühlt offiziell wird, wie das von Kobel. Da sind wir jetzt schon lange, lange drüber. Mainz will wohl so 5 Millionen haben, plus Nachzahlungen bei Weiter-Transfer. Und VfB-Höchstangebot liegt scheinbar gerade bei 4 Millionen. Ja, keine Ahnung. Wenn man den Keeper jetzt wirklich, wirklich will, dann soll es, glaube ich, daran nicht scheitern. Also ich hoffe trotzdem schon, dass wir den im VfB-Dress sehen werden. Ähm, hängt ja wirklich nur, was heißt nur, ne, im Fußballkosmos nur an einer Million Euro. So, es sind jetzt keine 5 Millionen Unterschiede oder sowas. Das soll schon gehen. Ähm, hinter der Paywall von Bild plus steht scheinbar, dass Schalke 04 an Philipp Klement interessiert ist. Fände ich interessanten Wechsel. Mal gucken, wie viel wir noch bekommen für den. Marktwert ist ja auch nicht mehr so hoch. Oder gut, war auch noch nie krass hoch, aber auch nicht mehr so hoch. Da haben wir gleich noch ein paar Updates zu. Ähm, vielleicht kriegen wir vielleicht noch eine Million oder sowas. Mal gucken. Wenigstens nicht komplett verschenken. Aber wäre ähnlich wie ein Kaminski. Fände ich gar nicht verkehrt für Schalke. Weil der hat ja auch mit Paderborn in der Zweitliga richtig gut gespielt. Dieser hat zum Aufstieg getrieben. Bei uns hat es nicht so ganz funktioniert. Vielleicht klappt es bei Schalke, recht billig zu haben. Ja, keine Ahnung. Würde ich recht ähnlich sein wie ein Kaminski, fände ich einen guten Transfer für Schalke tatsächlich. Wir hatten so ein bisschen die Resterampe für Schalke irgendwie. Weil da haben wir gleich nochmal was anderes im Köcher. Ähm, hier VfB mehr reden. Also nicht das für Schalke, ne. Aber hier auch quasi Zweitliga-News so ein bisschen. Mehrere Interessenten für Al-Ghadoui. Ähm, ja. Dem wurde ja scheinbar ein Vertragsangebot vorgelegt. Ähm, und es gibt auch Interessenten von Zweit- und Erstligisten an ihm. Ähm, beispielsweise ist jetzt auch Fortuna Düsseldorf anscheinend interessiert. Mal gucken, wo es Al-Ghadoui hinzieht. Ähm, ja, so ein bisschen, äh, ja, doch schon so ein bisschen Ersatz quasi. Wäre er hier vielleicht. Werder Talent, Ding Chi im Gala-Fokus. Auch Bundesligist ist dran. Ähm, der hat auch schon ein paar Einsätze bekommen bei Werder Bremen. Ich glaube, Ablöse wäre jetzt bei dem wahrscheinlich nicht so dermaßen hoch. Eine Million, zwei Millionen vielleicht. Keine Ahnung. Ja, wäre ich gar nicht so komplett abgeneigt. Ähm, irgendwie bin ich bei dem von der Ablösesumme her. Und von dem, was er kann, irgendwie gefühlt ein bisschen, ein bisschen zugeneigter als einem Sargent-Transfer. Also irgendwie ganz komisch. Weil Sargent natürlich viel mehr Erfahrung, viel öfter gespielt. Aber irgendwie, Ding Chi klingt gar nicht so verkehrt. Irgendwie habe ich den bei mir, ja, Ticken als, als in Ordnung irgendwie abgehakt. Ich weiß gar nicht, warum. Als hätte ich ihn irgendwie schon mal drei, vier Spiele am Stück spielen sehen. Ne, habe ich nicht. Aber, keine Ahnung. Fände ich, glaube, gar nicht mal so komplett verkehrt. Und wie gesagt, wir sind da scheinbar auch dran interessiert. Mal gucken, was die Ablöse wäre. Wäre halt, ja, wieder ein Stürmer-Backup, ähm, was wir ja sicherlich brauchen könnten im Sommer. Dann, Arsenal News hier schreibt, dass, ja, Guendouzi und Xhaka, äh, erstmal Arsenal, ähm, verlassen werden. Aber noch wichtiger steht hier auch drin, dass Mafropanus nicht in den Plänen von Arteta ist, vom Arsenal-Trainer. Ähm, und da scheinbar, ich weiß nicht, ob es für alle drei gilt, aber steht auch drin, dass quasi Verkauf die Hauptoption ist. Mal gucken. Da wurde es ja irgendwie recht, recht leise in letzter Zeit rund um die, um das Thema Mafropanus. Bin wir gespannt. Aber scheinbar, ja, wäre zumindest von Arsenal-Sicht aus der Weg, ja, nach den News hier, nach den Infos hier frei, dass wir Mafropanus vielleicht irgendwie holen könnten. Ist ja die Frage, was ist mit Ablösesumme? Machen wir uns vielleicht mit Leihe und Kaufoptionen? Mal gucken. Wie gesagt, ist sehr, sehr leise geworden das Gerücht. Mal gucken, wann das wieder aufkocht ein bisschen. Dann hier, Thema González. Ähm, war wieder bei Garantini in der Startelf. Aguero, Correa, Di Maria auf der Bank, schreibt der Twitter-User hier. Ähm, Stammspieler wirklich fast, ja, fast wirklich einfach Stammspieler bei der argentinischen Nationalmannschaft. Ähm, also deswegen hat er hier bis zu ein bisschen alles in der Argumentation genommen, dass man halt diese 25 Millionen, ja, also mindestens die sollten wir schon einnehmen können für ihn mittlerweile. Also, ehrlich war. Und dann kommt halt so ein Ding rein, was dann gestern kam. Ja, AC Florenz will offenbar Niklas González haben. Äh, der Transfer-Insider Gianluca Di Marcio von, aus Italien, der, da habe ich irgendwie auch im Kopf, dass das ein guter Insider ist. Also ich glaube, der, der, der ist ja schon recht nah dran, recht gut unterwegs mit seinen Infos. Scheinbar hat Florenz uns 20 Millionen geboten. Der VfB will 3 Millionen mehr fordern und ein bisschen mehr Bonuszahlungen noch und obendrauf. Ah, ja, keine Ahnung. Mit den 3 Millionen mehr, ein bisschen Bonuszahlungen, könnte man vielleicht an diese Summe kommen, an diese 25 Millionen, die wir schon mal gehört haben, die der VfB als Schmerzgrenze hat. Aber eben, wenn du dann zum Beispiel, was wir gleich noch haben, ähm, für einen Schlotterbeck 15 Millionen verlangst, aktuell, oder für, was weiß ich, was für Spieler, Geld ausgibst wie sonst wie, dann musst du González, jetzt mal ganz, jetzt mal ganz gewollt, übertrieben formuliert, dann musst du González nicht verschenken für 20 Millionen. Also ist einfach so. Ein Problem ist da natürlich ein bisschen klar. Verletzungsanfälligkeit, aber der ist neben Silas ganz klar der talentierteste im Kader wahrscheinlich. Und auch schon der gefestigste im Kader wahrscheinlich, wenn der mal wirklich ein paar Spiele ins Rollen kommt. Also 20 Millionen wäre irgendwie, keine Ahnung, also ich würde auf jeden Fall mindestens 25 lesen. Bei dem kann es aber auch schon an die 30 gehen, weil wie gesagt, Stammspieler fast schon angestiegen in der Nationalmannschaft. Mal gucken, da ist jetzt auch die Gruppe Amerika. Mal gucken, ob das irgendwie den Transfer jetzt quasi noch schnell davor irgendwie durchdrücken oder irgendwie erst danach, ob er da noch vielleicht ein bisschen mehr Interessenten bekommt durch seine Leistungen dort, weil auch das Thema Florenz-Bruder, die haben sich auch für nichts in Nationales qualifiziert, soweit ich weiß. Das ist auch alles andere als ein Top-16-Klub in Europa. Ich meine, es wäre zumindest vom Namen her ein besserer Schritt als Brighton, was wir da als Gerücht haben aus England. Aber Florenz ist jetzt, keine Ahnung, muss das sein? Also das wäre für mich jetzt kein Mega-Upgrade zum VfB. Und wie gesagt, da passt erstens das mit Top-16-Klubs nicht. Auch vielleicht weiß ich, was seine Zielsetzung ist mit dem nächsten Schritt, aber Florenz ist da halt nicht die Welt, meiner Meinung nach. Und zweitens, Ablöse ist auch noch zu gering. Also mal gucken, was da passiert. Fände ich irgendwie aus beiden Sichten komisch. Ablöse kannst du mehr reinholen eigentlich plus eben, ja, das Ziel, der Zielverein irgendwie bringt auch in Gonzalez nicht großartig weiter. Keine Ahnung. Wobei ich an und für sich die italienische Liga gar nicht verkehrt fände für ihn. Dann hier auch interessant, das ist jetzt kein richtiges Gerücht und sowas, aber Carlos Mané hat hier auf Twitter bei irgendwem geantwortet nach dem Motto, vielen Dank, hat irgendwie wahrscheinlich Lob bekommen, whatever. Und vielleicht sieht man sich nochmal in der Mercedes-Benz Arena, hat er geschrieben auf Englisch. Ja, wäre schon irgendwie cool. Also wie gesagt, das wird wahrscheinlich nicht reinpassen in unsere Transferplanung und so weiter, aber ich glaube, jeder VfB-Fan würde es fast feiern, wenn Carlos Mané zurückkommt. Der war ja so ein Fan, übrigens damals in der 17er Saison. Dann die Verletzung hatte ich auch überhaupt gar nicht mehr richtig auf dem Schirm, und er war halt auch die gesamte Bundesliga-Saison an uns ausgeliehen noch. Hatte ich fast gar nicht mehr auf dem Schirm, weil er eben die gesamte Saison verletzt war. Er hat kein Spiel gemacht. Richtig, richtig krass. Er war auch damals im Kader von Union Berlin, als die gegen uns aufgestiegen sind. Also im Kader, im Sinne von im Kader, aber halt nicht im Kader für den Spieltag. Da war er auch wieder verletzt. Also den hat schon wirklich reingeritten nach der Verletzung. Gut, Flügel haben wir jetzt halt auch an und für sich genug. Aber ich glaube, es wäre ein Transfer, den jeder VfB-Fan rein sympathiemäßig unterschreiben würde. Deswegen habe ich mich mal mit reingenommen, so ein bisschen aus Nostalgie. Wir hatten es hier eben schon. Leverkusen machte im VfB bei Stadterbeck Konkurrenz. Da geht es um diese 15 Millionen, die ich angesprochen habe. Und eben, Schalberkicker auch, sollte es bei Müller nicht klappen, ist dann wohl Ortega Wahl Nummer 2. Wir kennen auch die Gerichte um Karius und so Geschichten, aber Ortega ist scheinbar die Nummer 2. Wäre bestimmt auch nicht verkehrt Ortega, ganz sicher nicht. Aber schon allein, doof gesagt, rein vom Alter her hätte ich schon lieber Müller und keine Ahnung. Also, wie gesagt, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen naiv, aber diese eine Million, da wird man sich doch bitte irgendwie einigen können. Also, ich würde mir schon wünschen, dass der Müller-Transfer durchgeht. Auch die große Frage, weil Stadterbeck wäre ja ein Kämpfersatz, den wir uns sowieso nicht leisten können. 15 Millionen, keine Chance. Maximal eine Laie, aber warum sollen sie den verleihen, wenn sie im Sommer 15 Millionen von Leverkusen bekommen würden? Warum soll das Freiburg machen? Aber vielleicht brauchen wir ja gar keinen Kämpfersatz, weil Kämpfgerüchte ebenso komplett abgeflacht sind mit die von Mafropanus. Also, irgendwie in der Kopf kam auch nichts mehr rum. Wir haben ja auch gefühlt nur Frankfurt zu als halben Interessenten. Es ist ein bisschen Lazio da, kann es auch fast vergessen. Also, mir wirkt es irgendwie gerade nicht so, als wäre Kämpf krass begehrt. Also, ich kann es mir auch durchaus gut vorstellen aktuell, dass Kämpf bei uns bleibt. Und dann mal gucken, da spielen wir eine Saison eben mit dem Wissen, nächsten Sommer bin ich ablösefrei weg. Oder läuft eben der Vertrag aus. Und dann kann er halt einen Hoch haben, wie ein Castro irgendwie der weiß. Oder ein Nidabi, der weiß, nächstes Sommer läuft der Vertrag aus. Oder er hat halt irgendwie so eine Saison, wie dann ein Pavard, wo auch irgendwie Monate bevor die Saison vorbei ist, auch klar war. Yo, ich wechsle jetzt so in Bayern und der danach, ja, nicht reingefloppt hat. Die ganze Mannschaft war scheiße, das war die Abstiegssaison. Aber halt nicht mehr so der Wahnsinn war. Mal gucken, was da mit Kämpf wäre. Aber, ja, wenn du dann Kämpf, wenn du keinen Kämpfersatz brauchst, dann halt halt Kämpf. Und dann vielleicht hat er ja in einem Jahr dann doch Bock, noch seinen Vertrag zu verlängern. Keine Ahnung. Aber irgendwie, wie gesagt, die Thematik flacht ein bisschen ab. Weil Kämpf keine Gerüchte, dass er weggeht. Und Schlotterbeck rein ablösemäßig null Chance. So, das flacht auch ganz klar ab. Einer Tiefitz für Kämpf wurde hier auf Twitter geschrieben. Insider, Insider-Alarm quasi auf Transfermarkt.de. Scheint Amos Pieper zu sein. Von Bielefeld auch alles antreißend verkehrter Mann. Da ruft der Minja 5 Millionen auf. Erster Angebot von uns war scheinbar 3 Millionen und Bielefeld damit zu wenig. Mal gucken, was da kommt. Aber Pieper würde ich auch nehmen. Definitiv würde ich auch nehmen. Wäre kein verkehrter Ersatz. Aber natürlich nur so ein Insider-Ding von Transfermarkt. Auch wenn da schon einiges richtig war. Klar, aber es gab es noch ganz doof hingestellt. Einfach noch kein Kicker-Artikel oder sowas dazu. Deswegen mal gucken, was aus dem Gericht wird. Ob das noch ein bisschen heiß kocht. Und eben, was gesagt zu Schalke, haben wir nochmal einen Kollegen. Nach Informationen hier von der Cannstatter-Blog auf Instagram. Bahnt sich ein Transfer von Erik Tommi zum FC Schalke an. Nächstes Thema, wo ich auch sagen würde, ja, warum denn nicht? Also jetzt immer aus Schalke-Sicht so ein bisschen. Aus Sympathie-Sicht zu Schalke so ein bisschen. Wenn die sich ja neu aufstellen, fände ich das gar nicht verkehrt. Auch ein Tommi nicht. Also ein Tommi ist auch erfahren. Hat vor allem bei Düsseldorf sehr gut aufgelebt. Die ja jetzt auch zwei Liga zocken. Also vielleicht vom Niveau her so ein bisschen da hinpassen. Da war er wirklich gut. Bei uns, keine Ahnung. Er hat, glaube ich, nicht den riesigsten Stand bei Materazzo. So wirkt es zumindest nicht. Keine Ahnung. Eines Tages, wenn dann Kaminski, Klement und Tommi bei Schalke landen. Wie wir dafür noch ein bisschen Geld bekommen. Weil mit Kaminski planst du auf jeden Fall nicht. Mit Klement ja auch nicht so richtig. Und mit Tommi ja auch nicht so richtig. Also wenn es nicht was Startelf angeht. Und irgendwie mal 15 Spiele aufwärts in der Liga. So mit dem planst du nicht großartig. Fände ich das aus Schalke sich gar nicht verkehrt. Du wirst halt auch von Schalke nicht viel Geld bekommen. Das ist aber wahrscheinlich für alle sowieso nicht. Kaminski, klar, ablösefrei. Klement wäre auch, ja, eine Million vielleicht. Keine Ahnung. Und Tommi ist jetzt auch, kriegst auch nicht mehr so viel. Für Tommi kann es vielleicht nochmal zwei, drei Millionen aufrufen. Würde ich sagen. Aber mal gucken. Fände ich gar nicht verkehrt, gegen diese ganzen Wechsel. Wenn da jetzt irgendwie halt da, ja, Schalke irgendwie sein Scouting-Zelt bei uns aufgeschlagen hat. Fände ich das für die gar nicht verkehrt. Vor allem für Zweitelligatransfers wäre das wirklich in Ordnung. Wird da auch generell, klar, Thema VfB hier auf dem Kanal. Aber finde gerade auch tatsächlich gar nicht verkehrt, was Schalke da macht. Bin gerade bei Schalke da recht positiv gestimmt, was die Saison angeht. Rein vom Kader her, rein von dem, wie sie jetzt gerade vorgehen, transfertechnisch. Mal gucken, was da so geht. Wird sowieso eine sehr, 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 sehr spannende zweite Saison. Sehr real talk. Problemlos kannst du da acht Klubs oder sowas nennen, die du irgendwie auch als Aufstiegskandidaten nennen kannst. Die dann normalerweise, die dann um drei Plätze spielen. Na, eine Relegation, zwei Aufstiegsplätze. Und normalerweise kommt auch immer mindestens ein Überraschungsteam noch durchgeschossen. Also reden wir von zwei Plätzen, die für einen Aufstieg klappen würden. Und einer davon könnte Relegation sein. Also der ist auch nicht sicher. Weil, wie gesagt, Bielefeld ist bei uns Überraschungskandidat gewesen, der aufgestiegen ist auf einmal aus dem Nichts. Letzte Saison war keiner von den riesen Favoriten oben dabei. Da sind jetzt Bochum und Fürth aufgestiegen und Kiel in die Relegation. Da waren alle drei Plätze durch Überraschungsteams quasi weg. Und da spielen wirklich am Ende des Tages halt wahrscheinlich acht Teams oder sowas um zwei Plätze. Das wird ein sehr, sehr hartes Ding deiner Zeit, Niga. Das wird sehr, sehr interessant. Hier noch zum Abschluss von der Transfer-Ecke hier heute. Marktwert-Updates von Transfermarkt.de. González hat drei Millionen Einbüße gemacht. Steht noch auf 22 Millionen. Ja, Marktwert jetzt. Borna Sosa ist hoch. Vier Millionen hat er plus bekommen. Jetzt steht er auf 16. Endo, jetzt hat es auch die Zweistelligkeit gebrochen. Zwei Millionen hat er draufbekommen. Zehn Millionen. Anton kurz davor hat zwei Millionen draufbekommen. Steht er bei neun Millionen. Kempf hat dazu bekommen. Plus zwei Millionen. Acht Millionen Marktwert jetzt mittlerweile wieder. Philipp Förster. 1,5 Millionen dazubekommen. Steht auf dreieinhalb. Massimo hat ein bisschen was dazubekommen. Zweieinhalb Millionen. Tomia zwei Millionen verloren. Steht auf zweieinhalb Millionen Marktwert. Amala hat eine Mille dazubekommen. 1,8. Mola ein bisschen was verloren. Eine Million. Sanko ein bisschen was bekommen. Eine Million. Preetlo ganz, ganz bisschen was bekommen. 0,5 Millionen. Und dann Luca Mack. Auch ganz bisschen was bekommen. 0,25 Millionen. Und Jens Kral. Ticken was verloren. Steht bei 200.000 Marktwert. Gesamter Marktwert des Kaders. Hat er ja auch noch dazu gepackt. Der kann schon der Blog hier auf Instagram. Bei 189,25 Millionen Euro. Ja. Dann kommen wir zum dicken Fisch. Was diese Woche auch getroppt ist. Silas. Klärt seine Identität. Neuerdings. Oder was heißt neuerdings? Jetzt der richtige Name. Nicht Silas Vamangituka. Sondern Silas Katompa Mwumpa. Ja. Habt ihr sowieso alle mitbekommen. Sehr, sehr krasse Story. Bin ehrlich. Ich muss auch erstmal zweimal drüber lesen. Was jetzt genau da alles so abging. Ja. Das ist heftig. Das ist heftig. Also. Ja. Was da in dem Jungen vorgehen musste. Ne. Diese Fittiche unter. Nur die Fittiche von seinem Berater zu kommen. Ist schon krass. Ich lese es hier mal so ein bisschen durch. Richtiger Name. Silas Katompa Mwumpa. Also die Meldung vom VfB hier. Wurde am 6. Oktober 189. 18. Jo. 1998. Sorum. Meine Güte. Geboren. Ist also 22 Jahre alt. Das heißt. Er ist ein Jahr älter. In die zwei Sachen, die sich geändert haben. Nachname plus ein Jahr älter. Als wir es bisher dachten. Dann gab es Geschichten mit. Kommt aus dem Kongo. Also sowieso schon ein schwieriger Ort. Ganz, ganz schwierige Verhältnisse. Kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Und dann eben, ja. Die Idee mit Anderlecht. Mit Visum. Mit Probetraining. Und so weiter und so fort. Und da klingt es dann für mich so. Als würde er abgefangen worden sein. Von einem Spielervermittler in Belgien. Der ihn davon überzeugt hat. Unter Druck. Dass er nicht mehr zurückkehren dürfte nach Europa. Wenn er Belgien einmal verlässt. Und in den Kongo wieder zurückreist. Das heißt, Name für Spielervermittler ist bekannt. Den könnten wir auch tatsächlich später droppen. Habe ich hier noch drin. Aus französischen News ist es glaube ich. Oder aus englischen News irgendwie so. Ja. Und dann war er in den Fittichen von seinem Vermittler. Dann ist ein Abhängigkeitsverhältnis geraten von ihm. Auch in Paris. Als er dann da war. Kam ja vom FC Paris zum VfB damals. Ja. Mit dem gelebt. Von der Umwelt weitgehend abgeschottet. Steht hier drin. Kein Zugriff auf Konto. Kein Zugriff auf seine Papiere. Ins komplettes Abhängigkeitsverhältnis geraten. Haben ihm den Nachnamen quasi. Oder einen Namen seines Vaters gegeben. Eben das Waman Kituka. Unter dem wir ihn kennen. Und nun hat er sich dann eben. Ja. Das ist auch ein schönes Zeichen. Er hat sich jetzt so sicher gefühlt. Bei uns im Verein. Dass er das jetzt öffentlich machen wollte. Er hat. Er sagt. Ich habe in den letzten Jahren in ständiger Angst gelebt. Und mir um meine Familie im Kongo große Sorgen gemacht. Es war ein schwerer Schritt für mich. Meine Geschichte zu offenbaren. Er ist wie unterstützt. In meinen neuen Berater. Habe ich mich dies getraut. Ja. Das ist extrem krass. Das ist eine krasse Story. Das ist wirklich. Ja. Das hat schon das Label verdient. Mit moderner Menschenhandel. Man darf natürlich auch nicht komplett außen vor lassen. Manche gehen zu sehr in die Schiene. Manche gehen gar nicht in die Schiene rein. Dass es natürlich alles nicht in Ordnung ist. Also an und für sich ist natürlich alles. Ist das nicht in Ordnung so. Legal und whatever. Aber wenn man eben. Was viele nicht tun. Vor allem. Viele die nicht zunächst mal im VfB haben. Hüter einfach nur ein bisschen Fußball dressiert ist. Und irgendwelche Bildschlagzeilen lesen. Die gehen nicht so weit. Und lesen sich genau durch. Was passiert ist. Sondern sehen einfach. Silas Identität falsch. Und schreiben drunter. Jeder andere würde abgeschoben werden. Aber wenn ich mal genauer reingucke. In die Thematik. Ist das wirklich krass. Und der Kollege hat mit diesem Druck gespielt. Der Kollege hat so eine Saison abgeliefert. Mit dem Druck. Mit dem Wissen im Hinterkopf. Mit dieser Thematik im Hinterkopf. Das mag man sich gar nicht vorstellen. Auch diese Zeit in Paris. Diese Zeit in Frankreich. Die will man sich auch nicht vorstellen. Das ist schon wirklich krass. Sehr schön wie die Offensee hier kommuniziert wurde. Auch von Missing Tat. Und von Hitzesberg haben glaube ich auch wirklich gute Leute da. Die das kommunizieren können. Auch Missing Tat hat man im Video gesehen. Auf dem Pressekonferenz Video. Da habe ich teilweise mit den Tränen gekämpft. So wirkt es zumindest. Und das ist halt auch ein Kollege. Ein Missing Tat. Der kennt wahrscheinlich den Transfermarkt in- und auswendig. Da hat er wahrscheinlich schon alles gesehen. Was man sich vorstellen kann. Und dann kommt nochmal sowas hier. Und überrumpelt den auch so dermaßen. Also deswegen. Das ist schon eine krasse Geschichte. Und sehr schön wie auch der VfB wieder. Ja die VfB Familie wieder zusammenrückt. Weil auch für mich ist klar. Für euch ist klar. Silas bleibt Silas. Das ändert den Menschen nicht. Er ist ganz klar in der Opferrolle. Wir haben hier eine krasse Aktion. Oder eine krasse Offenbarung jetzt hier wieder von Verhältnissen im Profifußball. Mit Beratern. Mit ja wie sagt modernen Menschenhandel und so weiter. Die hoffentlich jetzt vielleicht ein bisschen ja im sektativen Journalismus irgendwie nach sich führt. Nach sich trägt. Und da irgendwie ein bisschen mehr reingehakt wird. Wir machen ein paar Tweets durch zu dem Thema. Hätte diesen Schritt nicht gewagt. Wenn Stuttgart, mein Team und der VfB für mich die eine zweite Heimat geworden wären. In der ich mich sicher fühle. Zitat von Silas auch nochmal aus der Meldung. Wunderschön. Man sieht, dass das Umfeld hier passt. Der Verein passt. Das Vereinsklima passt. Alle sehr, sehr schöne Indizien dafür, dass hier wirklich gerade einiges gut läuft. Hier auch. Das ist nichts anderes als moderner Menschenhandel unter dem Deckmantel des Fußballbusiness. Großen Respekt an Silas und dem VfB. Diesen Schritt jetzt zu gehen und das so offen zu kommunizieren. Und eben hier habe ich auch schon gesagt. Bildschlagzeilen. Erkennende Unterschied der Tweet. Mein VfB schreibt quasi als Überschrift. Und um dann quasi dem Link zu folgen auf Twitter. Silas klärt seine Identität wie der VfB. Profi in die Fänge eines Vermittlers geriet. Die Bildschreibt in Caps Lock, in fetter Schrift quasi Stuttgart bestätigt. Und dann wieder Normalschrift. VfB Star spielt unter falscher Identität. Dazu hast du auch noch gefühlt 18 Leerzeiten und sowas. Also nicht mal irgendwie förmlich irgendwie gescheit. Da sieht man den Unterschied auch. Mislas sagt auch noch, der Junge hatte richtig Angst vor diesem Tag, vor den Reaktionen. Aber wenn ich die ersten Reaktionen sehe, dann glaube ich, dass es ihm richtig Kraft gibt. Da kann man auch wieder einmal unserer VfB-Fangemeinde ein riesiges Kompliment machen. 100%. 100%. Und was auch stimmt, hat auch geschrieben, sein Comeback vor hoffentlich vor dem Stadion wird ja mal das Emotionalste, was der VfB bisher hatte. Das wird ein heftiges Ding, wenn er sein Comeback feiert. Vor, also ich denke mal safe zuschauen, wenn er jetzt wieder zurückkommt im Oktober, November irgendwann. Glaube ich schon vor Zuschauern, vor allen Zuschauern, vor allen 60.000. Die andere Frage, und die jemand auch drauf geantwortet, hatte ich auch dann auch wieder im Kopf zu dem Thema. Das Top der Skincheck Comeback war. Das war damals auch sehr, sehr geil, als der wieder nach langen Verletzungen in der zweiten Liga zurückkam. Das müsste, glaube ich, in Bochum gewesen sein, im Heimspiel. Das war auch schon sehr, sehr geil, der Jubel da. Aber das war natürlich auch eine sehr, sehr krasse Nummer, wenn der Kollege zurückkommt. Und zumindest hier auch rein rechtlich, was die Bundesliga angeht, schreibt der Kicker, Kontrollausschuss überprüft den Fall von Silas Katompa am Wumpa. DFB, keine Einsprüche gegen Spielwertungen möglich, ist auch schon mal ganz schön. Wir machen weiter. Eben, habe ich auch gesagt, eben musikativer Journalismus. Benni Hoffmann vom Kicker, der ja auch schon mit der Datenaffäre quasi angefangen hat, so das ins Rollen gebracht hat mit dem Kicker, hat auch schon gesagt, Spieleberater in Belgien, da fallen mir ein paar dubiose Typen ein, die auch in der Bundesliga bestens vernetzt sind und Geschäfte machen, more to come. Mal gucken, ob wir da noch ein paar coole Geschichten, oder was heißt coole Geschichten? Das sind keine coolen Geschichten, aber ihr versteht auch nicht, was ich meine mit dem Wort cool, aber halt Geschichten, die einfach interessant sind und dann vielleicht ein bisschen mehr ans Tageslicht bringen, was diese ganzen Systeme da angeht. vor allem eben aus Afrika und solchen Ländern, wenn da eben ein Talent die Chance hat, durchzukommen und dann irgendwie, ja, irgendwie das Geld reinzuholen und so weiter, ne, eine große Gehre vor sich hat und so, eine richtige Zukunft vor sich hat und sowas. Das mag man sich alles so gar nicht vorstellen. Hier eben auch, der Name ist hier drin, oder es ist ja einfach kein Unbekannter scheinbar. Hier, ja, Olivier Bellesi steht hier drin in dem englischen Artikel, der hier auf Twitter verlinkt wurde. Auch schon ein PSG-Spieler, ein Jugendspieler, glaube ich, müsste es gewesen sein, hat sich bei dem, hat sich über den beschwert und hier, ja, halt Betrug und so weiter und so fort. Also ist, wie gesagt, kein Einzelfall. Ist kein Einzelfall der Silas, auch schon, auch mit dem Berater, mit dem Vermittler, auch scheinbar kein Einzelfall, ähm, ja, ist krass, ist krass, aber, ja, sollte eigentlich auch im großen Fußball-Business nicht mehr großartig wundern, was da alles so abgehen kann und was alles so abgeht. Hier, Sport.de schreibt noch, VfB-Star sieht das, droht offenbar die Ausweisung. Ja, das ist natürlich sehr, sehr drastisch formuliert oder sehr reißerisch formuliert, auch so eine Behörde will Sachverhalt prüfen, das trifft es dann noch mehr. Die schreiben halt richtigerweise, ne, ähm, ja, dass die Ausländerbehörde der Stuttgart jetzt natürlich Kenntnis davon erhalten hat, dass ein Spieler, das VfB mit ausländischer Nationalität bislang angeblich falsche Personalien genutzt hat und nunmehr über einen weiteren neuen Pass mit seinen angeblichen wahren Personalien verfügt. Die Verwaltung wird diesen Sachverhalt prüfen. Erst einmal geht es um die Aufklärung der Feststellung der wahren Identität und eben, wie es halt rein rechtlich wahrscheinlich einfach so zu Buche steht. Im schlimmsten Fall eine Rücknahme des Aufenthaltsrechts, so wäre eine Ausweisung, zum Beispiel könnte der DFB-Kontrollausschuss eine Sperre gegen Profi verhängen. Ähm, ja, würde ich jetzt aber mal nicht drauf wetten. Also, ja, wie gesagt, es kam ja auch schon 2019 auf, die Thematik. Da kam sie auch schon auf und da wurde auch nochmal nachgewiesen, jo, die Papiere stimmen. Und die Papiere, die er hatte, waren dann wohl gut genug oder halt, ne, vom Berater gut genug gemacht, doof gesagt, dass die halt so gepasst haben, lückenlos waren, gepasst haben. Da hat die DFL, der DFB, weiß ich, wer von Bayern zuständig ist, genau, drüber geschaut, der VfB drüber geschaut, ähm, auch jetzt nochmal drüber geschaut, sonst hätte er ja schon da nicht spielen können. Also, er hat ja schon unter, unter, ja, sagen wir mal, richtigen Voraussetzungen gespielt, natürlich dann halt gebaut auf falschen Voraussetzungen, so, wenn ihr versteht, was ich meine, so auf falschen Blöcken quasi gebaut, aber die Blöcke, die da waren, waren richtig so. Und es wäre natürlich auch, ja, wäre ein typisches DFB-Ding so, also Außenwirkung vom DFB sowieso schon immer schwierig, ähm, und zu, genau zu den falschen Zeitpunkten, die falschen Dinge machen. Ähm, aber, ja, das wäre halt auch moralisch irgendwie schwierig, weil wenn du die Geschichte durchguckst und da vielleicht wirklich auch was in Lauf kommt jetzt, Recherchen in Lauf kommen und dann zu dem Thema vielleicht ein bisschen mehr kommt, mehr Fälle aufgedeckt werden, ist ja, wie gesagt, kein Einzelfall, bei weitem nicht bestimmt. Ähm, und dann kommt der DFB oder die DFL an und sagt dir da, yo, Kollege, raus hier, so, so, falsche Papiere, weg, Abschiebung und so weiter. Das wäre halt, glaube ich, alles andere als das richtige Zeichen. Mal gucken, ob wir irgendeine Formschensperre bekommen, keine Ahnung, aber wie gesagt, mag da auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen spielen, das ist natürlich absolut die Opferrolle. Ich bin da auch 100% bei Silas, aber an und für sich ändert das halt den Sachverhalt natürlich rein rechtlich nicht. Da ist halt die große Moralfrage und die große Frage, wie hattelst du das eben aus rechtlicher Sicht dann in solchen Fällen? Weil, wie gesagt, das ist jetzt ja nicht so, als würde Silas da irgendwie mit Absicht Bock drauf gehabt haben, irgendwie unter anderem Namen zu spielen und so weiter und hätte das irgendwie gefühlt komplett aus eigenen Stücken gemacht. So war es halt nun mal einfach nicht. Aber ganz außen vor lassen, dass es halt nun mal nicht richtig ist, nicht legal ist, darf man es halt auch nicht. Aber da gerne eure Meinung in den Kommentaren zu dalassen, was ihr zu dem ganzen Thema sagt. Jetzt gar nicht in Richtung rechtlich, ich glaube kaum, dass wir irgendwelche Rechtsexperten in den Kommentaren zu finden haben. Wenn ja, dann gerne ran mit euch. Aber ich bin es nicht. Die meisten von uns auch nicht. Aber generell natürlich sehr gerne interagieren. Haut rein, was ihr zum Thema Silas zu sagen habt, zu den Transfergerüchten zu sagen habt. Weil wir jetzt eben hier zum Schluss kommen. Wir haben noch drei wieder ein bisschen random zusammengewürfelte Dinger quasi zum Schluss, ein bisschen aktuelleres zum Schluss noch dazu. Sehr interessant. Fußballverletzungen hatten vielleicht uns zwei Bälle aufgestellt. Und wie man es sich nicht anders hätte vorstellen können, wir sind auf Platz 17. Nur Hoffenheim hatte mehr Ausfalltage pro Spieler. Ja, wir hatten insgesamt 2.173 Ausfalltage. Ja, durchschnittliche Ausfalltage pro Spieler über 70, 72. Ja, gut. Wundert uns keinen mehr, aber trotzdem krass zu sehen, wie lang das immer war. Und trotz dessen, wie gesagt, trotz dessen mitgefühlt B11 hast du noch so eine Saison zu Ende gespielt. Wahnsinn. Dann weitere Nominierungsentscheidungen. Wir gehen zum Thema MV-Mitgliederversammlung am 18. Juli. Ja, wir haben jetzt hier erstmal natürlich tausende, tausende Punkte, um die es geht. Es gibt sehr, sehr viele Punkte, die da besprochen werden. Ist ja logisch. Auch hier natürlich das Thema 18 Kandidatinnen und Kandidaten für neun zu wählende Falleinsbeiratsposten. Du hast die Präzidentschaftswahl. Das wird ein richtig dickes Ding. Da natürlich da, ne, geführter Verein nochmal komplett neu aufgestellt wird. Was die ganze Position angeht, da gab es ja komplette, ja, Ausradierung, doof gesagt, nach richtiger Weise, oder vermutlich richtigerweise, nach den ganzen Datenaffären-Geschichten. Und die letzte News, die aktuellste, oder ja, eine aktuelle, nicht die aktuellste, obwohl, na, müsste, glaube ich, sogar die aktuellste sein für diese Folge. Die Versammlung des VfG-Standions mit Präsenz im Stadion. Und dazu schreibt der Kicker auch, richtigerweise, herausforderer Steiger, stellt sein Positionspapier vor. Könnt ihr euch auf Twitter suchen, den Kollegen, und euch das reinziehen. Ist, glaube ich, recht lang geworden. Ja, manche, was heißt, ziehen drüber her, aber finden jetzt nicht den riesen Anklang. Aber ich möchte da eigentlich gefühlt nichts zum Wahlkampf irgendwie beitragen oder sowas, weil ich vermutlich auch nicht, oder sehr sicher nicht wählen werde, dort vor Ort am 18. Juli. Wahrscheinlich nicht dort vor Ort sein werde. Deswegen selber euch ein Bild machen zwischen Vogt und Steiger. Selber euch die Programme durchgucken oder eben auch Geschichten, wie es der VfB selbst auch schreibt, mit Fanprojekt Stuttgart, wo man sie trifft, oder die Podcast-Fiederkette, die mit den beiden Interviewformaten machen. Ja, lest euch da durch, hört euch da rein, um euch da ein entscheidendes Bild machen zu können für den 18. Juli, falls ihr da hingeht und abstimmt, was eben scheinbar vor Zuschauern stattfinden soll. Ich glaube, die Bild hatte, oder wir hatten, glaube ich, im letzten Podcast was von der Bild mit 5.000 Zuschauern oder 5.000 Mitgliedern, die rein dürfen. Hier steht jetzt nichts Genaueres auf den ersten Blick hier mit genauen Zuschauerzahlen quasi. Aber ist als Modellprojekt des Landes Baden-Württemberg beantragt und genehmigt worden. Ja, ist doch schön. Und sehe ich auch gerade eigentlich keinen großen Grund, warum man nicht eine 5.000-Leute-Geschichte im Juli mal versuchen kann, mal starten kann, modellmäßig, also wahrscheinlich auch mit irgendwelchen wissenschaftlichen Hintergründen und so weiter, oder halt Testphasen mäßig. Warum nicht, lass es doch machen, finde ich in Ordnung. Und ja, ist, glaube ich, gut, wenn wir das in Präsenz haben und nicht online. Ich weiß nicht, ob das einfach der Joke ist. Man kennt es von der Mitgliederversammlung, der Joke, der Running Gag beim VfB. Wer weiß, ob das der VfB 100% richtig hinbekommen hätte, da wieder mit irgendwie Online-Geschichten und so weiter. Und natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Sache, die man natürlich auch einfach, ja, einfach richtig und flüssig und gut bitte in so einer Mitgliederversammlung, am besten noch in Präsenz, wie gesagt, wie es jetzt auch stattfinden wird, dann durchführen darf am 18. Juli. Damit, ja, war es das von den News. Wir sind tatsächlich bei über einer halben Stunde, war aber auch wirklich einiges drin hier in dem Ding. Aber wir haben es sehr, sehr Spaß gemacht, die ganzen News hier rauszusuchen. Pickepacke voll das Ding und hier sehr viel interessanter Stuff dabei gewesen, glaube ich. Dann darf ich mich bei euch bedanken fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.